Willkommen auf meinem Channel Du Koooooopf! So wird man hier geweckt, ne? Hi! Mit ganz schönem Lärm. Oh Nico, bist du nackt, Mann? Ey, mach den Ding aus! Der ist jetzt da drauf. Das ist gut, oder? Wir haben einen Kaffee und Sachen. Ey, was geht dir da draußen ab? Ey, wir haben es um 9 Uhr oder so? Hör mal die Mucke! Hört sich die Mucke? Kann man das hören? Ich kann mich schon auf der Kamera hören. Ey, hier ist Fraschenmittel verklebt. Das kann auch von der Baufstellung kommen. Ich kann das durch den Schall gerade nicht ordnen. Jetzt möchte ich mir das auch mal reinziehen. Jedenfalls, Leute, so wird man hier geweckt um 6 Uhr morgens. Durch den Schall ein? Also auf, zieht euch das rein? Baustelle! Ne, das da unten ist Radio. Da unten, ja, das Bauradio. Alter, das ist dein Haus, Alter. Ja, guck dir das mal an. Holger, weißt du dir das, wo es aussieht? Guck mal näher! Puccini! 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 Das ist von Star Wars. Guck mal! Puccini! Puccini! Ja, das ist hier, dieser Wagen in der Wüste. Puccini! Puccini! Guck mal näher! 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 Dann nehme ich deinen Teller auch noch. Wie unser Rappen-Such-Ding vor uns hier. Was sagst du dazu, dass man hier einfach bedient wird? Das ist der Affen-Arsch-geile. Kommt sich klar. Ich bin hier echt noch so krass perplex von diesem Frühstück. Wird wirklich krass, muss ich sagen. Was denn? Dass hier einfach bedient wird? Dass der Typ hierher kommt und sagt, was willst du haben? Das ist schon heftig. Gut, dann aber wo? Achso, wo habe ich hier jetzt? Leute, wir haben einfach knackige 29 Grad in Belgien. Beziehungsweise in Hasselt. Und die ganze Stadt ist voll mit Tätowierern. Ich sehe so viele Tätowiermobile. Warum haben wir sowas nicht? Zeit, dass es eingeführt wird. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu Ingmenia. Du musst jetzt 190 Metern links lang. Fick Ohr auf den Samstag werde ich wach von diesem Straßenlernen. Das ist immer noch Freitag. Achso. Ey, da hast du schon wieder Samstag gesagt. Hier, film mal. Die machen das doch jetzt auch hier. Danach. Bei mir auch. So toll? Ja, bei mir schon. Nicht, dass hier wirklich noch was schief gelaufen ist. Damit wir gar nicht probieren können. Na klar. Ich weiß, dass du immer ärgern willst. Du machst das schon. Sascha hier. Nee, wir haben auch sowas hier. Ja. 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 Und dann geht das weiter. Vielleicht ist das riesig. Ja, das ist der Eingang. Das ist der Eingang. Ja, das ist der Eingang. Und die da dann sind links. Okay. Das ist also der Eingang. Hier ist schon mal ein Shop. Wie kommt man ein Liquid Shop? Warum nicht? Warum nicht? Nee, überhaupt nicht. Ganz hinten. Ja. 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 Das war's für heute. Ich muss voll kacken jetzt, ne? Soll ich vorher mal gucken, wo die Gesichtsmitte ist? Ich als alter Zahnmediziner sehe das. Aber ich sehe das wirklich. Die Nasenspitze muss so ausgehen. Die Gesichtsmitte, die ist aber mittig mit seiner Unterkiefermitte. Ja? Ja. Also mit den... Mit dem unteren, genau. Mit dem... Mit dem... Mit dem unteren, genau. Nee, du musst ja spüren, wie du reingehst. Ja. Ich muss das selber halten. Ich muss das selber halten, sonst spült dir die Vibration nicht. Ja. Komm mal, du schlimm bist bei dem Zeug. Wenn du zu tief gehst, ist es sofort... Ja. Halt mal die Scheiße. Hahahaha. Halt mal deine Lippe kurz fest. Ja, ich kann auch nicht flirrachen, weil dann verschiebt das. Ich will bloß mal ansetzen. Die zieht nach hinten, die muss lachen. Hahahaha. Hahahaha. Ich mach das so hier. Ja, genau. Aber nee, ich glaub das ist schon zu viel. Ich glaub der hier ist schon zu viel. Kann schon zu eng sein. So und so saufen. Ja. Ja, das geht ja, klar. Warum kommt der Idiot eigentlich immer auf den Rücken? Hahahaha. Das ist doch aber geil. Ja. So muss es sein. Ja. Der hat einfach nichts. Das weiß ich nicht, deswegen musst du aufpassen. Du hast eine Feuchtigkeitskante und die darf ich nicht überschreiten. Da wo es trocken wird, ist es außerhalb. Das muss ich lieber blau machen. Ja. Voll die Geile, alles steht hier, wa? Ja. Und Gaffen. Ich bin gespannt. Eigentlich jetzt gern mal gesehen. Trinkmann. Hier. Ist doch noch offen. Ist doch. Mach schon anfeuchten. Filmst du schon? Weil nicht, dass ich jetzt felsamt hätte. in die größten Hausten vorher. Ja, was auch. Ich will schon. Schon die ganze Zeit. Seitdem Sascha sitzt. Ja, jetzt würde mich ja nie wundern. Oh Gott. Halt dein Mund. Wie soll ich das abwischen? Tf-80. Das ist doch gar nicht. Ist doch ein Virus? Ja. Hast du was? Oh Mann. Oh Mann. Oh, der zuckt nie mal. Ich muss es rund machen. Oh Mann. Alter. 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 Oh Scheiße. Du warst gerade eben noch recht entspannt eigentlich. Ja, das hast du schon. Sieht man das? Ja. Nee so? Nee. 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 Aua. Volga ist aber entspannt. Ja, was soll ich machen, ne? Geht ja nicht anders. Na ja, besser als beim Autosport. Im Oktober. Na ja. Wie kann man da? Mit der da? Mit der da? Ja? Du musst danach erstmal mit Wasser spüren. Die Zähne putzen sich ja weg. Die Kinder im Feuer der schwarzen Träne. Jetzt wär ruhig. Ich schwöre, es bleibt nicht. Ich schwöre, es bleibt nicht. Ich schwöre! Ich schwöre! Ich schwöre, es hilft in es. Ich schwöre, es ist so wichtig! Ich schwöre! Ich schwöre! Was ist das denn? Ist gut Zeig mal her Ja? Das ist aber geil eigentlich Einfach mal weg Ja, ein bisschen Brennt Brennt Ja, brennt Du musst dir erstmal die Zähne pushen Ist das schon? Das sieht so scheiße aus Ja, okay Ja Das ist doch mal ein schönes Dein Telefon noch So gehen wir nachher weg Und nachher schön anlächeln Gut Mütt Ja Okay Das trägst du jetzt wieder? Ich habe es am Anfang gar nicht gemerkt, aber das ist so vorgezogen. Und dann habe ich es gemerkt. Ich merke auch jetzt gerade, dass es so zerfetzt ist. Kriegen wir ruhig den Becher aus, das hilft. Zu fett, Alter, da ist Dingsfarbe drin. Wobei ist noch keiner daran gestorben. Die Leute erzählen, dass es krebserringend ist. Aber es ist noch keiner vom Tätowieren gestorben. Merkt euch das. Ist so, ist so. Die Medien, fickt die Medien. Wen zum Beispiel, welchen? An dieser Stelle. Wer war es denn? Die Zähne sind überschwarz. Die werden nicht weiß. Ist ja geil. Und die Ante Lippe ist schwarze. Kannst du noch eine Zwanglose dabei? Ich auch. Hast du? Ja klar. Hier? Hast du jetzt einen dabei? Ich glaube, ja. Ey, guck mal her, den Ding. Hast du noch benutzt? Du fühlst dich mal wirklich zerfetzt an. Als hättest du mich auf die Lippe gebissen. Das ist eine Kimbürste eigentlich. Ja genau, das ist meine Notbürste. Wolltest du dir mal ein Foto machen, wenn du es rausziehst? Wenn die alles richtig kümmern kann? Was, hallo? Ich spreche mit dir. Echt?